Wir sind im Mac-Million anwesenden Kohlelager und wir spielen unseren ehemals ersten, was heißt ehemals, unseren ersten Char, die wir damals gespielt haben und seitdem nie wieder. Hä? Ich bin hier so mittendrin. Wer spielt denn? Mit wir meine ich uns, also mich. Also nicht mich, okay, ich gehöre nicht zu. Ach ne, du bist gar nicht ich. Du bist gar nicht ich, genau. Ach, ich gehöre zu ich, achso. Das war cool, ne? Jetzt bist du total verwirrt, genau. Ich stehe jetzt hier neben der Hütte am Generator. Ich weiß nicht, ob das so günstig war. Aber wir haben den Sprintboost drin, wir haben schnell und leise drin und Adrenalin. Sollten wir denn jemals so weit kommen? Also die letzte Runde, die ist ja... Oh, habe ich mich jetzt erschrocken, kam von hinten der Jeff angestürmt. Leck mich am Arsch. Konntest du nicht sagen, dass du kein Killer bist, Jeff? Ich habe ja den scheiß Fluch. Ja, ich tippe mal auf Michael. Ah, da hinten kommt was? Ne, das ist meine Krähe. Okay. Der Killer ist meine Krähe. Ja, das war so eine komische Bewegung gerade. Wir sind gleich durch. Mein Generator ist schon ziemlich weit. Was ist denn hier los? Wir gehen jetzt zum nächsten. Oh, jetzt läuft der hier am nächsten vorbei. Was macht der denn? Dann lasse ich den. Ich habe den jetzt mal angetitscht. Und gehe zu dem. Zu ihm. Schätzelein, ich komme zu dir. Meiner ist fertig. Scheiße, Entschuldigung. Ja, aber was mich gerade so wundert, warum hat der noch keinen angetitscht? Wer ist denn das? Ja, das fragt mich doch jetzt nicht. Ich bin ja nur total, äh, pervers ängstlich am rumgucken. Da hinten läuft einer. Ist das Ash? Ja, doch, ist ein Generator gegangen. Sitzt du direkt vor einer Krähe? Ja, das bin ich. Ja, ja, ich bin's. Ja, ja. Wir sind hier gleich durch. Also, irgendwie ist der AFK der jetzt. Nein! Wir wären durch. Hätte er jetzt nicht verkackt. Ja, das wäre natürlich mal geil, wenn wir mal einen hätten, der AFK ist. Nein, da, auf die Seite. Ach, dann gehe ich ja zu dem Generator. Meiner ist ein Viertel, ein Drittel jetzt so. Hier ist auch der rechte Ausgang. Ja, kommen alle hier hin, genau. Also, der muss AFK sein. Oder der ist irgendwas ganz Schlimmes. Kommt nach Ende und nach alles. Er hat aber bestätigt, also... Ja gut, das heißt jetzt, wenn er aufs Klo gegangen ist... Meinst du Souvenils, ja? Ja, dann steht er da. Ja, oder er sitzt hier nachdem, ne? Oh, Ausgang. Das wollte ich machen. Ja, stimmt. Juhu, Adrenalin! Ah, ne, Adrenalin geht ja nur, wenn ich verletzt bin. Ja! Mech, ja! Dein erstes Abenteuer heute, beziehungsweise seit langer, langer Zeit, könnte jetzt super für dich enden. Ich bin ja gerade ein Tor am Aufmachen, ne? Nur mal so am Rande. Ich auch. Das ist gut, da bekommen wir mehr Punkte. Da hinten läuft einer. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was machen soll. Ich könnte aber gerne... Da hinten ist noch ein Totem. Ja, mach das Totem noch. Ihr habt doch Wettbewerferchen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Sabotiert doch noch irgendwas oder so. Also ich habe zwei oder drei Totems gemacht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich denke mal, dass ich nicht viel mehr machen werde. Also machen kann ich. Ich gehe lieber raus, weil wenn er jetzt den Host verlässt irgendwie, das wäre der Scheiße. Ja, ich gehe jetzt auch raus. Ich bin echt mal gespannt. Oder? Ja, ich bin jetzt draußen. Danke. Ah, du kriegst 5000. Ah! Gelehrte Mech. Yeah! Ich habe keine Ahnung, was das für eine Errungenschaft ist, aber ich habe sie freigeschaltet. Ich schaue mal... Äh, du bist langweilig. Du bist schon am Ausgang. Ich schaue mal den anderen zu, ob die vielleicht irgendwo auf den Killer stoßen oder so. Aber sieht nicht so aus. Der eine ist schon am Ausgang. Also gesehen habe ich nämlich. Der muss aber irgendwo stehen, ja. Der eine ist jetzt hier... Der Doktor... Nee, ist doch nicht am... Oh, warte mal. Der kriegt Ausschlag jetzt? Äh, also... Nee, der wirft noch ein paar Paletten um. Hier ist die... Ah, die Falltür hat er. Wieso geht der jetzt rein? Ist der doof? Entbindung. Gewagt. Nee, da stand gerade Entbindung. Vielleicht kriegt der ein Kind. Das kann auch sein. Ja. Und wir haben 14.500. Aber er hat uns direkt rausgeschmissen, hä? Mhm. Oder wollte er einfach nur freundlich sein und uns eine Runde gönnen? Sodass meine kleine Meck jetzt endlich mal eine Runde gewonnen hat. So wenig. Also es war etwas, äh, creepy irgendwie. Weil du hast immer damit gerechnet, dass jetzt so ein Unsichtbarer kommt oder so. Ach, das war wieder die Clodette. Die war doch letztes Mal auch schon, äh, AFK bei uns. Das war unser erster Killer. Kannst du dich da dran erinnern? Der, der schlafende, äh, Leatherface. Mhm. Ja. Ja, Clodette, falls du dieses Video siehst, danke. Du bist nicht nutzlos, sondern du bist sehr nützlich für uns alle. Ich bin da raus. Ich bin da raus.